Sicherheit und Überwachungsgesetze nicht nur gegen Feminine richten, sondern gegen vermeintlich verwechslte Risikoholten, weil die Polizei nicht weiß, wer zu Ende ist, wer Terrorist sein könnte, weil letztendlich jeder ein Terrorist sein könnte, der in den richtigen Muster stellt, die sich die Polizei nach seinem Recht richten und ausgedacht hat. Die Polizei nicht nur gegen Feminine, dass die Polizei nicht nur gegen Feminine